Maximilian Glessel nach dem Spiel gegen Lettland, kurz, wie hast du als Verteidiger das Spiel gesehen? Ja, mir fehlen einfach gerade die Worte, weil wir haben gerade verloren 4 zu 1 und das bedeutet, dass wir leider nicht in die Top-Division aufsteigen, also nächstes Jahr da spielen. Und ja, wie ich das gesehen habe, die haben einfach heiß-kalt ihre Chancen genutzt und wir haben ihnen ab und zu zu viel Raum und zu viel Zeit gegeben und die haben das eiskalt genutzt und wir konnten leider keine Tore erzielen, um das Spiel zu gewinnen. Wie seid ihr mit der Reihenumstellung klargekommen? War ja heute alle Reihen anders als in den letzten beiden Spielen? Ja, ich denke, dass wir schon klargekommen sind, aber wie gesagt, wir haben einfach keinen Weg gefunden, Tore zu erzielen und das war der entscheidende Punkt heute. Wenn mit Markus Sturm, einem gestandenen NHL-Spieler, ein Co-Trainer auf der Bank steht, wie ist das für euch, junge Spieler? Natürlich hat man vor so einem Spieler oder jetzt als Trainer so viel Respekt und natürlich ist es auch eine Ehre für so einen Co-Trainer zu spielen. Der weiß, wie es am besten geht und der kann uns viele Tipps geben und da ist es umso mehr schade, dass es heute einfach nicht geklappt hat. Jetzt noch etwas zu dir. Du bist ja als junger Spieler schon sehr weit gereist, wenn man das so sagen kann. Du hast in Finnland gespielt bei ESPO, du hast in Salzburg gespielt, spielst jetzt QMJHL in Kanada. Wie ist es dazu gekommen, dass du halt schon mit 15 nach Finnland gegangen bist? Wie es dazu gekommen ist? Mein damaliger Trainer hatte da einfach Kontakte drüber und da war ich einmal im Camp drüben und dann hat es mir ziemlich gut gefallen. Und dann ist das alles so entstanden, dass die Gastfamilie, wo ich damals gelebt habe, auch gesagt habe, ja, sie würden mich für ein, zwei Jahre nehmen. Das war dann einfach der Grund, dass ich da spielen durfte und das war eine super Erfahrung in Finnland. Dann der Weg nach Salzburg, war auch eine super Erfahrung in der russischen Liga mitzuspielen. Red Bull investiert da so viel in die jungen Spieler und ermöglicht da so viel. Und ja, und dann hat sich die Chance ermöglicht, da auch jetzt drüben in Kanada zu spielen für mich. Und auch da, das war einfach ein riesen Punkt, dass ich da einfach gedraftet wurde. Und ja, deswegen ist das sehr gut auf jeden Fall. Kann man die Ligenstärke irgendwie untereinander vergleichen? Dann setzt die finnische Juniorenliga mit jetzt Kanada oder auch mit der MHL? Ich würde sagen, dass wirklich jede Liga anders ist, wegen der Eisunterschiede. Also in Kanada selbst ist die Eisfläche natürlich kleiner und deswegen ist da das Spielsystem einfach viel schneller, gradliniger und härter. In der MHL war es einfach viel mehr technischer und nicht so körperbetont. Aber MHL musstet ihr ja unheimlich viel reisen, oder? Ja, das war unglaublich. Also für Auswärtsspiele gab es Reisen von bis zu zwölf Stunden Flugzeit. Und das ist natürlich unglaublich. Bleibt dann auch noch Zeit da, irgendwelche fremden Städte sich ein bisschen zumindest anzugucken? Oder ist man dann so kaputt, dass man nur fliegt, Hotel, Training, Spiel und wieder schläft? Ja, leider nur diese Variante. Also okay, wir hatten in Moskau ein, zwei Tage mal Zeit und wir hatten da auch einen Russen dabei, der uns einfach in Russland geleitet hat und uns ein bisschen was zeigen konnte. Aber sonst war wirklich der Fokus auf die Spiele. Und wie weit bist du jetzt mit deiner Entwicklung über diese verschiedenen Ligen jetzt zufrieden? Wo geht dein Weg noch hin? Ja, nach dem Spiel ist es wirklich schwierig darüber zu reden, weil einiges in diesem Turnier für mich selbst persönlich nicht geklappt hat. Aber das wird sich zeigen. Ich hoffe, dass ich jetzt in Kanada diese Saison noch gut abschließen kann und im Sommer wird sich dann zeigen, wo die Zukunft hingeht. Dann sagen wir Dankeschön und wünschen dir weiter viel Glück. Danke. Vielen Dank. Danke. Danke.